Servus liebe Filmfreunde, willkommen zu CineManuel aus Liebe zur Verpackung. Ja, wir Filmsammler werden nicht selten von Menschen mit viel zu klein geratenen oder gar keinem Pimmeln als Verpackungssammler bezeichnet oder beschimpft. Dabei ist diesen Menschen überhaupt nicht klar, dass das für uns gar keine Beschimpfung ist, sondern das größte Kompliment, das man uns machen kann. Auch ich habe schon von Menschen gehört, die Filme wegen der Filme wegen sammeln oder kaufen, aber von dieser seltenen Spezies habe ich weder jemanden getroffen noch kennengelernt. Ich selbst würde mich als Verpackungssammler der Luxusklasse bezeichnen, denn ich sammle selbst die Verpackung der Verpackung. Wann immer meine Finger über eine Verpackung oder eine Prägung gleiten, geht mir einer ab. Ich würde deswegen schon fast von Fetischismus reden und wie alle Fetischisten stehe ich dabei natürlich auch Latex. Die Geschmäcker sind selbstverständlich verschieden, ich jedoch bevorzuge Erdbeere und die Farbe Rot, denn Rot ist die Farbe der Liebe. Wie allen Sammlern geht einem natürlich irgendwann der Platz aus und deswegen muss man neue Mittel und Wege gehen, um mit dem Platzproblem Herr zu werden. Tja, so sieht das jetzt ungefähr bei mir aus, dennoch ist das Wort Messi fehl am Platz, denn ich kann weder Fußball spielen noch stinke ich. Also liebe Leute, wann immer ihr das nächste Mal einen als Verpackungssammler beschimpft, rechnet mit einem Lächeln und einem Dankeschön. Sodala, aber selbstverständlich habe ich natürlich auch was gekauft und zwar habe ich mir diese Woche gegönnt die Klasse von 1984 im schicken Jahrbuchdesign oder Lederbuch, wie man auch will. Die Verpackung ist wirklich sehr, sehr cool und außergewöhnlich. Klasse Titelprägung hier vorne drauf. Limitiert ist das gute Stück auf 666 Exemplare, aber ich habe hier diese hässliche Emory Amari oder wie dieser Scheißdreck auch immer heißt, entnommen und meine Hardbox eingefügt und in dieser Hardbox habe ich dann die Blu-ray eingefügt. Somit ist das jetzt für mich die absolute Ultimate Edition dieser wunderbaren Edition. Außerdem habe ich mir dann noch gegönnt die Hellraiser Trilogie in der schönen Holzbox. Ja, die ist leider etwas empfindlich gegen Fingerabdrücke, aber was soll's, da muss man halt nachher ein bisschen vorsichtig abwischen und schon sieht sie wieder astrein aus. In dieser schicken Holzbox befindet sich ein sehr, sehr schönes Mediabook. Wer mag, kann gerne mal beim Robin und Madmania TV vorbeischauen. Auf seinem Kanal hat er dieses Mediabook ausführlich vorgestellt. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle natürlich nicht mehr machen, nur der Vollständigkeit halber mal die ganzen Gimmicks noch zeigen, was hier alles in dieser Edition dabei ist. Und hier sieht man auch, dass die Box sehr, sehr hochwertig verarbeitet ist mit diesem Samtüberzug und Pinhead ganz oben unter dem Deckel versteckt. Sehr, sehr tolle Edition und wirklich jeden Cent wert. Ja, ein Ständer am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen und irgendwo lag auch der Begriff im Raum, der mit dem Ständer tanzt. Weitere Wortspiele verkneifen wir uns jetzt aber, aber dank dem lieben Micha habe ich jetzt auch eins dieser tollen Dinge. Und dank Amazon gönnte ich mir mal Dr. Dolittle in der DVD-Version 1 bis 5, die Star Wars Lego Trilogie, sowie die Trilogie vom Family Guy über Star Wars und der gestiefelte Kater auf Blu-Ray. Außerdem habe ich euch ja schon vorgestellt, Pan in Amazon exklusiven 3D-Steelbook. So sehen sie also aus, meine Neuzugänge der Kalenderwoche 11. Jetzt noch eine kurze Info für die nächste Woche. Ich habe zwar nicht viel Holz vor der Hütten, aber einiges auf dem Kerbholz, wenn auch manchmal ein Brett vor dem Kopf. Deshalb beschäftige ich mich gerne mit Holz und aufgrund dessen entfällt nächste Woche die Asia-Woche und ich stelle euch meine weltexklusiven Woodbooks von Herr der Ringe in einem Oster-Special vor und gewähre euch jetzt noch einen kurzen Blick auf mein momentanes Bastelprojekt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus!